Natürlich, ich bin auch ehrlich gegen Lug und Betrug. Natürlich, aufrecht und echt. Es interessiert mich eben nicht, es würde aufgehen und ist das auch die Niederlage, das ist mir völlig egal, weil natürlich bis hin man muss lügen, bis hin man muss falsch sein, bis hin sogar die falsche Wahrheit natürlich. Also es würde funktionieren natürlich, es würde so funktionieren natürlich und das mache ich nicht und fertig. Natürlich bis hin, es wäre die falsche Wahrheit oder so etwas. Ja, das gehe ich eben nicht ein und ist das die Niederlage natürlich. Dann muss ich eben die Niederlage leben und so ist es. Weil ich bleibe so gesehen ehrlich und echt und dann muss ich eben die Niederlage leben und so ist es. Ja, das geht. Ja, das geht. Ja, das geht. Ja, das geht.